so nachdem wir jetzt letztes mal uns beschäftigt hatten mit animationen in blender geht es diesmal weiter mit animationen in ogre und zwar ich habe eine vorgefertigte szene schon alles gebaut die existiert schon die besteht aus einem sind bad model was eigentlich nur vor einem schwarzen hintergrund steht und da möchten wir jetzt dass unser sind bad ich komponiert es gerade mal das dauert mit augen bei meinem laptop leider ein bisschen da möchte jetzt einfach mehrere sachen mitmachen einmal möchte ich zeigen wie man knochen innerhalb der skelettstruktur per hand bewegen kann also sprich über die tastatur zum beispiel und zum anderen möchte ich die animations zustände zeigen die sind bad haben kann das heißt in diesem sind bad ist schon eine menge drinnen der sind bad beinhaltet jetzt lädt das hier gerade so so der sind bad beinhaltet eine skelettstruktur wie er hier steht und was unser ziel ist möchten auf dem bildschirm den einen arm bewegen und wir lassen ihn danach tanzen tanzen ist so eine vorgefertigte animation so ich habe hier schon alles aufgebaut wir haben eine update methode wir haben eine hände keypress methode und ich gehe erst mal auf die keypress methode ein ich möchte nämlich erst die animation programmieren mit euch die zuständig ist für die einzelnen knochen aber bevor wir das machen setzen wir die player entity das ist meine meine entität nicht der knoten da hole ich mir das skelett da gibt es eine vorgefertigte methode und hier gibt es den blend mode und den setzen wir zu ok animated blend so zu dem modus denn sieht das ganze ein bisschen schöner aus und das ganze macht ein bisschen mehr was her jetzt können wir darauf eingehen wie schon in älteren videos von mir gesagt e.key gleich ois ich baue mit den pfeiltasten also kc ab möchte ich gerne um eine bestimmte gradzahl den einen arm bewegen das wäre ogree bone damit wir ein knochen bekommen eine referenz auf ein knochen halten können bauen ist player entity wie eben oben auch schon jetzt skeleton und jetzt können wir sagen wenn wir das skelett haben nicht da oben das war das touchpad get bone und damit können wir uns direkt ein knochen holen wir geben dazu hier einen anzeigen shorthandle an oder den namen des knochens was ich jetzt hier gerne haben möchte ist der oberarm auf der linken seite also humerus punkt l da gibt es sicherlich ganz viele lange liste zu was es noch für knochen gibt die man bewegen kann ich habe mir jetzt einfach mal ein rausgesucht weil ja es passt schon so jetzt müssen wir erst mal sagen dass der knochen manuell kontrolliert werden darf also set manually kontrolliert ist auch true und jetzt nutzen wir ein ogree quaternion nämlich er das ist einmal ogree degree als erster parameter weil ich jetzt keine lust um alles in radians machen ich komme mit degree immer ein bisschen besser klar hier gibt es halt in er den radian um wie viel wir das gerne bewegen möchten pro tastendruck im endeffekt und wir geben noch die achse an um die wir drehen möchten ich nehme hier ogree vector 3 unit z bei dem setup ist es wie folgt die achse also erstens wir haben in unserer szene so dass die negative achse also die negative z-achse in den bildschirm reingeht y geht nach oben und x geht nach rechts weg das heißt wenn wir jetzt um die z-achse drehen möchten dann geben wir den den die achse einfach an beim quaternion ist es so dass man einen beliebigen vektor angibt um den gedreht wird das ist sowieso die die short form von was ein quaternion ist das ganze wird ein beliebiger dreidimensionaler vektor und eine gradzahl um diese um diesen vektor wird mit der gradzahl gedreht hat den vorteil dass das gimbal lock aus euler winkeln zum beispiel nicht zustande kommt dass wir da weniger probleme haben so wie gesagt wir drehen jetzt um fünf grad um die z-achse das sagt uns wir könnten so jetzt brauchen wir ja nur noch zu den bauern sagen rotate air so das ganze kopiere ich mir jetzt einmal ich möchte nämlich auch dass wenn die taste down gedrückt wird also die pfeiltaste runter dann werden wir einfach um fünf grad drehen den gleichen knochen und was jetzt passiert ich starte dass man das kompilieren kann wahrscheinlich wieder kein moment dauern sollte sein dass wir die pfeiltaste nach oben drücken und nach unten der arm entsprechend nach oben und nach unten sich leicht bewegt dazu noch ein zwei worte augree ist beim rotieren und bei den gesamten koordinaten immer in einer hierarchischen form das heißt was ihr angeht ist immer im koordinatensystem des parent bones darin rotiert ihr man kann auch angeben dass das alles noch in world koordinaten passieren soll oder in local das funktioniert auch alles wie das im standardmäßig rotiert ihr jetzt um die z um die das koordinatensystem in der schulter folglich gibt es da natürlich einige kleine probleme auf die möchte ich jetzt allerdings nicht darauf eingehen ich denke mal da werdet ihr noch darauf stolpern wenn ihr das genauer euch selber anschaut ein bisschen will ich ja nicht alles erklären allerdings was ich dazu noch sagen kann ist dass der vorteil auch von der hierarchischen form ist dass wenn ich jetzt den oberarm bewege dass ihr gleich sehen dass sich entsprechend der unterarm mit bewegt und auch die hand so dass ich mir jetzt keine gedanken mehr machen muss daraufhin dass sich die nachfolgenden knochen in der struktur mit bewegen so unser model ist geladen wir haben hier den arm und ich drücke mal nach oben und wir sehen er macht natürlich sprünge bis hin zur deformation und es gibt jetzt auch keine grenze mehr also ich deformiere ihn es gibt keine kollisionsabfragen ich kann jetzt beliebige durchdrehen durch den körper ja wie gesagt deformation auf basis des algorithmus der verwendet wird für die zonen vertices auch nach unten geht und das ist genau was wir erreichen wollten damit können wir den arm einmal drehen auch nach unten natürlich durch hindurch so können jetzt quasi einzelne knochen steuern das ganze wäre ja langweilig weil wenn man eine animation machen möchte wie eine laufanimation wäre das wahnsinnig für code dass man hier immer jeden knochen entsprechend anfassen und drehen und hinbewegen muss daher gibt es die möglichkeit animationen innerhalb des meshes zu speichern bei augen blender wie das funktioniert im blender muss ich allerdings gestehen weiß ich nicht ich bin da kein blender experte ich habe das auch mit dem sindbad genommen weil das da halt schon drin ist und ich möchte dass der gedrückt wird und man für animation dass das dann abläuft so jetzt wollen wir uns den augen animation steht auf dem pointer weil wir gleich animationsstatus stand kriegen eine situation ist animation nenne ich einem für animation kurz holen uns wieder die player entity sagen jetzt geht animation state und geben hier an welchen state ich möchte jetzt dance es gibt noch deutlich mehr ich kenne die alle nicht aus und ich habe eben nur einmal dance raus weil ich denke der ist am coolsten von allen warum schon rumtanz es gibt eine laufanimation eine springanimation die animation für hole die schwerter hinten vom rücken wenn man die noch dazu gelegt hat dann hätte der könnte man ja auch in den von den vom rücken aus oder vom hinterkopf auf mappen auf die handel so dass die dann mit den händen sich mit bewegen das ist halt alles möglich 11 get in a bit also wenn die schon läuft heute das nicht der fall sein dann sagen wir animation animation set enabled true und set loop damit die halt immer wieder abläuft auch auf true sollte das andere der fall sein dass sie noch nicht aktiv dass sie schon aktiv ist alle kämpfe kopieren geht schneller so kopieren uns da schmeißen das hier rein nehmen uns das falls speichern ab so jetzt wird folgendes passieren darum kompil ich das auch noch nicht weil das noch gar nicht richtig funktioniert wir starten die animation aber jede animation hat einen internen timer der quasi hochlaufen muss damit sie funktioniert und das problem ist dass wir darum nämlich jetzt in der update methode sonst würde nämlich nur die startposition eingenommen werden und danach würde nichts weiter passieren müssen wir wieder einmal sagen animation state ich kopiere mir das weil wir brauchen wieder diesen teil einmal sagen add time und ich nehme hier einfach mal 0,005 hier sollte man natürlich zahlenwerte nehmen die in sekunden wird das hier angegeben habe ich bei der parameter er sollte natürlich zahlenwerte nehmen die müssen dynamisch von der ablaufgeschwindigkeit sind mein data hier ist jetzt viel zu groß weil ich das in millisekunden angebe dann rastet der komplett aus daher habe ich jetzt hier einen festen zahlenwert reingeschmissen damit das ein bisschen abläuft und man das sieht Ich kompiliere gerade mal das wird jetzt mal wieder einen moment dauern so und da ist unser programm auch schon starten wir mit den einstellungen fenster modus unser sindbad und alles wird geladen was da im hintergrund läuft zack wie gesagt wir können hier noch beliebig den stand natürlich jetzt ändern und wir können die tanz animation abspielen äh problematisch ist natürlich hier dass ich jetzt schon den stand des knochen scannert habe deswegen macht er jetzt misst aber ihr seht es ist eine vorgefertigte animation jetzt habe ich das kaputt gemacht ich starte das einfach nochmal eben schnell neu so hoch und runter haben wir gerade sind funktioniert noch und das nimmt auch starken einfluss darauf aber wenn ich das original mache dann fängt er in einem etwas langsameren tempo an zu tanzen inklusive was man auch sieht natürlich auch das gesicht wird mit animiert in dem moment ja wenn ich wieder aufhöre springe ich wieder auf die position zurück bei der ich vorher war bei der ausgangspunkte der standard position und was man aussieht ist dass sich ein bisschen das schädigen ändert also ich lasse einfach mal so moment laufen Er läuft ja auch immer in der loop durch so das ist jetzt so ganz basic wie man animationen mit augen macht da gibt es natürlich noch viel mehr wahrscheinlich was man dazu machen kann wie dass das die nicht selbst durchdringung nicht funktioniert dass man die knochen irgendwie einschränkt im Bewegungsrahmen das den einmal dass man nicht mehr als 90 grad knicks im ellenbogen haben kann aber das ist alles advanced topics ohne ende und ich denke um die grundlagen für bewegung animationen das sind vorgefährte animationen in dem model die werden in blende animiert die kann man einfach abspielen hier gibt es auch eine lauf animation oder run das sollte reichen und ich hoffe ihr habt was gelernt und es hat euch spaß gemacht und ja ihr könnt jetzt hier auf der endkarte noch kurz ein abo da lassen ich würde mich auch freuen wenn ihr kommentare macht und ihr findet noch ein anderes verlinktes video von mir und zwar das vorherige über die animationen blender mit der kinematischen kette von dem stolp die roboter und dabei wünsche ich viel spaß bis dann tschüss